Das Brot wird jetzt gebacken, oder was macht ihr? Das ist der Toaster. Genau. Fast wie zu Hause. So. Jetzt kommen die verschiedenen... Was ist denn das? Ups. Hier wird jetzt Tomate, Salat. Kommt noch rein, Käse, Zwiebeln, der Käse, der kommt noch rein, über die Stirn kommt erstmal noch eine Soße, oben noch ein Käse, und das ist jetzt, was ist das für eine Soße? Das ist so eine Grillwurzsoße, sehr lecker. Und hier passiert, da kommt das Fleisch auf dem Körper, das ist wichtig, das ist dort eingepackt. Mussten dazu jetzt neue Maschinen angeschafft werden, oder sind das die normalen? Das ist das ganz normale Kürten, das wir haben. Praktisch durch die Farbe nur unterschieden. Genau. Für das Biofleisch als separates graue Tray und exakt auch mal eine graue Zange. Das ist auch, wie gesagt, nur für das Biofleisch. Das ist auch nichts anderes da. Soll ich jetzt hier den mal aufmachen? Schau mal, hier ist so, ne? Und so schaut er aus. Vielen Dank. Vielen Dank.